Rathäuser Rathäuser haben seit jeher ganz vielfältige Funktionen. Sie stehen häufig im wahrsten Sinne des Wortes im Mittelpunkt einer Gemeinde. Daneben bringen sie nicht selten schon eine eigene Geschichte mit, bevor sie zu Rathäusern wurden. Sie sind Versammlungsorte, Serviceeinrichtungen und nicht selten beeindruckende Baudenkmäler oder Ausdruck zeitgenössischer Architektur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017